Hallo Leute, es geht wieder um The Walking Dead, Staffel 10, Episode 18, mit dem Titel Find Me. Und in dieser Folge ist das Unmögliche passiert. Sie haben es endlich getan. Ich habe es lange Zeit nicht für möglich gehalten, aber endlich ist es soweit und vorneweg. Nein, sie haben kein Heilmittel gefunden. Nein, sie haben die Zombies nicht für immer besiegt und den Kampf gewonnen. Und nein, sie hatten auch nicht die Avengers, die in der Zeit zurückreisen, um das Problem im Keim zu ersticken. Aber Daryl Dixon hatte Sex mit einer Frau. Ihr wisst Bescheid. Nun, bevor ich zum eigentlichen Video und in diese Folge komme und meiner Review, was so alles passiert ist, vorneweg sei noch mal daran erinnert, dass es wie jeden Montagabend nach der Ausstrahlung um 22 Uhr einen Livestream geben wird. Allerdings, genau wie letzte Woche schon, nicht hier auf YouTube, sondern auf twitch.tv slash serienheld.tv. Der Link dazu, wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaltet ein, seid mit dabei, unterhaltet euch mit uns ganz detailliert über alles, was so passiert ist. Und hier kommen wir schon wieder zum Kern der Sache. In dieser aktuellen Folge ist gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Im Endeffekt war das Ganze eine Origin-Story von Hund, von Dog, dem Begleiter von Daryl, den wir jetzt in dieser Staffel dann plötzlich auf einmal vor der Nase hatten und gedacht haben, hey, wo kommt er her? Warum hat er keinen richtigen Namen? Daryl, du Idiot. Und jedenfalls hat diese Folge so ein bisschen Licht auf Daryls Vergangenheit in diesem großen Zeitsprung geworfen. Und ganz ehrlich, dieser Zeitsprung von 5, 6 Jahren, den haben wir natürlich einfach so hingenommen. Naja, Zeit ist ins Land gegangen und ein paar Sachen sind passiert, ein paar Sachen wurden Stück für Stück aufgedeckt. Allerdings hat dieser Zeitsprung auch schon so manch ein paar, also manche Geheimnisse mit sich gebracht. Und wir als Zuschauer sitzen natürlich dann da und fragen uns, okay, was ist eigentlich so passiert in der Zeit? Wie ist es den Leuten ergangen? Gerade nach dem Verschwinden von Rick, was haben sie alle getan? Stattdessen hieß es, okay, es ist jetzt 5, 6 Jahre vergangen und wir machen einfach mal weiter. Weil, ja, irgendwann mit der Zeit ist ja auch mal genug abgesuchte Gegend und so weiter. Aber während der Zeit, da war Daryl ganz, 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 ganz aktiv auf der Suche nach Rick. Das haben wir natürlich auch schon so jetzt gewusst über die aktuellen Geschehnisse, als Carol ihn dann gefunden hat. Und jetzt erfahren wir so ein bisschen mehr, sogar einiges mehr. Und ich muss sagen, das war inhaltlich doch relativ interessant. Ich freue mich so ein bisschen auf diese Art und Weise, wie jetzt hier die Vergangenheit aufgebröselt wird. Und leider bringt uns das Ganze storytechnisch so absolut nicht voran. Und genau das habe ich ehrlich gesagt auch von diesen 6 Episoden erwartet. Deswegen will ich euch das auch nochmal so vermitteln, dass in diesen 6 Bonusfolgen, die wir hier an diese 10. Staffel ranhängen, das heißt, letzte Woche hatten wir die erste, heute die zweite und in den nächsten 4 Wochen, wir werden storytechnisch nicht großartig vorankommen. Wir können also nicht erwarten, dass es in den nächsten Folgen nochmal um Eugene, Ezekiel, Magna, Yumiko und Princess gehen wird, die schon vor den Toren des Commonwealth stehen, beziehungsweise von deren Begrüßungskomitee gerade empfangen wurden. Und ich denke nicht, dass diese Story jetzt ansetzen wird, sondern dass wir genau da erst zum Beginn der 11. Staffel weitermachen werden. Also noch in einer gewissen Zukunft. Und wir hier in diesen Folgen tatsächlich viel mehr auf die Vergangenheit der Charaktere eingehen. Unter anderem wissen wir ja bereits, dass auch Negans verstorbene Frau eine Rolle spielen wird. Und das heißt auf jeden Fall, werden wir auch seine Vergangenheit nochmal ein bisschen mehr beleuchten. Wir müssten auf jeden Fall nochmal zu diesem Reaper-Problem kommen von der letzten Woche und Maggies Vergangenheit. Auch wenn sie ein bisschen in den Fokus gerückt das letzte Woche, war das bei weitem nicht genug. Und man macht hier so ein riesen Geheimnis draus, einfach nur um die Neugier zu wecken, würde ich jetzt mal behaupten. Und diese Woche behandeln wir eine ganz andere Thematik. Und ich frage mich natürlich, wird diese Lea noch einmal auftauchen? Und das war so die Frage zum Ende der Folge. Aber nun nochmal zurück zur eigentlichen Frage, was ist eigentlich passiert? Sprechen wir ein bisschen darüber. Daryl und Carol machen sich auf den Weg, um Vorräter zu sammeln, keine Ahnung. Sind ein bisschen unterwegs und hier wird es für mich schon ein bisschen seltsam und suspekt. Denn Daryl, der sehr, sehr, sehr viel Zeit da draußen verbracht hat, gerade diese Flüsse entlang und eigentlich sich überall auskennt oder sehr gut auskennt. Jemand mit seinen Kenntnissen. Ich war arg überrascht über seine Reaktion, als er plötzlich vor dieser Hütte stand. Als Hund plötzlich losgerannt ist und zu dieser Hütte halt ankam und Daryl sich dachte, Nanu, oh mein Gott, wir sind hier. Man hat das wirklich gesehen, dass er total überrascht war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Gegend nicht längst wiedererkannt hat. Er muss ja schon wissen, dass er allein sich in die Richtung bewegt hat. Und sie dort in der Nähe sich aufgehalten haben von seinem Camp, wenn man so will, von seinem kleinen Minilager. Abgesehen davon, dass diese Hütte ja nicht ganz so arg weit weg gewesen sein könnte oder sollte oder wie auch immer. Und schlussendlich werden hier die ganzen Erinnerungen wieder hervorgerufen, die er vermutlich gerne verdrängt hätte. Und das nicht zu knapp, denn natürlich hat er die fünf, sechs Jahre viel in Einsamkeit verbracht, aber ist eben dieser mysteriösen Frau Lea begegnet. Was heißt mysteriös? Sie ist einfach nur genauso ein schräger Vogel wie er. Sie will lieber einsam und allein sein, anstatt sich irgendwie auf eine Gesellschaft einzulassen. Daryl ist im Wesentlichen ja sehr ähnlich. Ich glaube, er kann sehr froh darüber sein in der Vergangenheit, genauso lange, wie er Carol schon kennt, seit Beginn der ersten Staffel, hier mit dabei zu sein und diese Gruppe gehabt zu haben, um sich auch zu entwickeln. Er ist auch charakterlich dadurch sehr weit vorangekommen. Dann haben wir ihn aber auf der anderen Seite wieder in der dritten Staffel gehabt, dass er sich so ein bisschen abgesetzt hat, gemeint hat, nein, ich schlafe auf keinen Fall in der Zelle. Sondern er war schon immer so ein bisschen eigen, dass er halt mehr Raum für sich braucht, zum Atmen braucht, Platz braucht, die ganze Aufmerksamkeit nicht so gerne genießt, als die Leute ihn dann in der vierten Staffel alle kannten und begrüßten ständig. Sondern er ist halt der Lonesome Rider, der schon vieles für sich macht und auch gerne auf sich gestellt ist, halt aber auch sehr gut genau so klarkommt. Aber gleichzeitig kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass er die Zeit oder auch die Gesellschaft der anderen irgendwo genießt, denn es ist ja immer noch was Schönes irgendwo, auch für ihn. Er hat beides zu schätzen gelernt im Prinzip und nun hat er Rick verloren und nicht nur, dass er Rick verloren hat, obendrein hat sich seine ganze Gruppe ja sowas von aufgesplittet, dass Carol hier plötzlich die ganze Zeit im Königreich abhängt, Maggie in Hilltop, Glenn ist verstorben, Abraham ist verstorben oder ermordet worden, müssen wir wirklich so sagen. Und dazu ist die ganze Zeit Negan im Haus. Ich kann verstehen, dass es ihm schlecht geht, aber dann mit dem Verlust von Rick, ihn dann ständig zu suchen und das Ganze als seine Aufgabe zu sehen, fand ich sehr edel von ihm. Irgendwann wurde es natürlich so ein bisschen arg skeptisch, weil warum würde Rick so lange wegbleiben, wenn er überlebt hätte? Also, so müsste man eigentlich denken, seien wir ehrlich. Stattdessen sucht er ihn jahrelang und Tag ein Tag aus und er hört nicht auf. Ich muss sagen, ich finde es natürlich sehr lobenswert und ich freue mich darüber, dass Rick überhaupt so jemanden gefunden hat und dass Daryl damit so eine Aufgabe für sich gefunden hat. Aber hier begegnet er dieser Frau, die genauso auf Abstand geht und wir haben so ein kleines Hin und Her, dieses, ähm, ach Gott, was machst du denn hier, hau bloß ab und dann, ja, ja, ich geh doch und dann, ach, doch nicht. Und dann, es war ein bisschen forciert, es war ein bisschen zu einfach irgendwie, dass die beiden sich dann gut verstehen. Gut liegt natürlich darin, dass sie beide hier sehr viel Zeit an Einsamkeit verbracht haben und halt mal kurz gemeinsam den Beißern entgangen sind. Aber im Wesentlichen haben sie die ganze Zeit über nicht miteinander geredet, nur, dass kaum in dem Moment, in dem er sie dann doch begleitet und kurz bei ihr ist, sie ihm das ganze Herz ausschüttet und erzählt und erzählt und erzählt. Und ich dachte, kommt zum Punkt, Mädel. Ähm, natürlich sehr, sehr traurige Geschichte und unter anderem halt auch die Geschichte von Hund, der hier an dem Tag auf die Welt kommt, an dem ihr Sohn, Ciso, und ich muss sagen, ich hab's jetzt in der englischen Versorgung nicht zu 100% verstanden, wie da die Familienverhältnisse gerade waren. Irgendwas hatte das ja mit ihrer, mit ihrer Truppe oder mit ihrer Gruppe zu tun. Und letztendlich ist das der Todestag ihres Kindes, der Geburtstag von Hund, dem sie keinen Namen gegeben hat. Und sie ist also diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass der Hund keinen richtigen Namen hat, sondern einfach nur Hund heißt. Und, äh, ja, also es ist nicht ganz Daryl schuld, ähm, was ja viele jetzt die ganze Zeit über gedacht haben. Und man sieht so ein bisschen auch die Zeitsprünge, die Entwicklung, wie er älter wird. Und wir haben ja das schon ganz kurz in der Sequenz noch als Welpen gesehen. Und, äh, plötzlich ist er sehr groß, sehr ausgewachsen. Und das ist halt wirklich viel Zeit, äh, vergangen, seit die beiden sich das erste Mal begegnet sind. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die sich halt auch näher kommen und er sich dann auf sie einlässt. Und zehn Monate scheinen die beiden also auch gemeinsam zu verbringen. Und trotzdem, obwohl Daryl sie hier gefunden hat und die beiden sich endlich näher gekommen sind und sogar scheinbar zusammen in dieser Hütte leben, geht er Tag für Tag los auf die Suche nach Rick. Warum sie das jetzt so arg stört, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Daryl jemand ist, der, äh, nicht trotzdem nebenbei auf die Jagd geht und irgendwas mitbringen würde oder sonst was. Aber doch verstehe ich nicht, warum es sie so arg gestört hat, dass er hier sich entscheiden soll. Vielleicht hatte sie immer Angst, dass wenn er Erfolg haben sollte oder auch vielleicht die Leiche findet, dass er dann irgendwann entscheiden würde, zurückzugehen zu seinen Leuten. Und sei es wie es sei, dieses Ultimatum zu stellen, fand ich leicht scheiße. Und dann aber auch im nächsten Moment einfach so zu verschwinden ohne Hund, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich meine, der Hund gehörte ihr. Ein Teil von ihr einfach, ne? Ähm, und im Endeffekt ist es ja ein Hund nicht nur ein Hund, sondern halt auch für sie die einzige Gesellschaft, die sie ganz lange hatte. Und auch wenn Daryl sich jetzt entschieden hätte für seine Leute, seine Freunde, seine Familie anstatt für sie, dann hätte er gehen können, aber sie hätte doch Hund behalten können. Aber komm, dass er auf die Suche nach Rick ist, verschwindet sie ganz plötzlich und lässt Hund zurück. Das ergibt für mich keinen Sinn. Sie ist fort. Ähm, ich weiß nicht, ob sie für die Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Auf jeden Fall haben wir hier so leichte Vergleiche dann eben zwischen ihr und Carol, dass hier so ein bisschen, ich sag mal, eine Ähnlichkeit in den Charakteren dargestellt wird. Und trotzdem hat sich da zwischen Daryl und Leia etwas entwickelt, was zwischen Daryl und Carol einfach nie passieren sollte, nie passiert ist und jetzt vermutlich auch nie passieren wird, zumal die beiden sich einfach schon zu lange kennen und auch für eine Carol einfach schon zu viel passiert ist, da sie eben nicht nur Sophia verloren hat, so wie jetzt Leia auch ihr Kind, sondern dass sie auch Henry verloren hat, auch weiter immerhin wieder Leute verloren hat und auch sehr, sehr viel, weil sie in dieser Gruppe war, eben viele Menschen umbringen musste und sich dadurch auch immer wieder ihre eigene Ansicht verändert hat. Es kommt endlich zu dem großen Streit zwischen Daryl und Carol, auf den wir eigentlich schon lange gewartet haben. Zuletzt hat Daryl immer geschwiegen und hat nichts gesagt, hat das einfach nur runtergeschluckt. Zu einem ganz, ganz, ganz gewissen Grad, finde ich, kann man Carol auch sehr viel Verständnis entgegenbringen, aber irgendwo ist halt auch Schluss. Und ich glaube, da ist halt die Grenze in dem Moment gezogen, in dem sie dafür verantwortlich ist, dass alle plötzlich ihr Leben auf Messerschneide sahen, als sie in dieser Höhle waren und letzten Endes dann Conny und Magna verschüttet wurden, beziehungsweise Conny bis hierhin noch nicht zurückgekehrt ist. Wir wissen inzwischen, dass sie überlebt hat, dass Virgil sie gerettet hat, aber davon weiß niemand anders was und dementsprechend lastet ihr vermeintlicher Tod nach wie vor auf den Schultern von Carol. Sie ist dafür verantwortlich, generell für die ganze Problematik, die in dem Moment entstanden ist. Und hier kommt es endlich zu diesem langersehnten Streit, zu genau diesem Thema. Sie ist daran schuld, sie ist dafür verantwortlich, sie hat auf dem verdammten Boot bleiben sollen, vielleicht um alles hinter sich zu lassen, weil der Verlust ihres Sohnes für sie zu viel war und trotzdem kam sie zurück und dadurch hatten wir den ganz großen Salat. Genauso hätte Daryl sich vielleicht auch einfach schon eher für Lea entscheiden sollen müssen, wie auch immer, seine Suche einfach aufgeben müssen, aber er hat es ja auch nicht getan. Da sind die beiden sich halt extrem ähnlich. Warum Lea im Endeffekt abgehauen ist, bleibt vorerst ein Rätsel. Ich bin gespannt, ob sie das nochmal auflösen wollen, aber im Wesentlichen, ja, ich muss sagen, es war alles in allem eine sehr, sehr inhaltlich enttäuschende Folge. Nicht nur, weil es uns nicht vorangebracht hat, sondern auch, weil es mich jedenfalls sehr, sehr wenig zufriedengestellt hat. Ähm, dadurch, dass hier dieser Streit zwar angesprochen wurde, was in meinen Augen überfällig ist, mir kam aber zu keinem Punkt. Er meinte zwar, wenn du gehen willst, dann geh, aber diesmal laufe ich hier nicht hinterher. Aber wird Carol nochmal gehen? Wird sie nochmal verschwinden? Das ist eigentlich eine interessante Frage, aber das Problem ist, wir wissen. Und das hasse ich gerade. Ich hasse gerade diesen Fakt, dass wir als Zuschauer wissen, dass es nach der 11. Staffel von The Walking Dead, die ja die letzte sein soll von dieser Serie, ein Spin-Off geben soll mit Carol und Daryl in den Hauptrollen. Und das werden die wohl kaum getrennt voneinander verbringen, sondern gemeinsam. Sondern die werden halt nochmal zusammen losziehen. Also wenn sie verschwindet, wird er wohl doch mitgehen, offensichtlich. Ich hasse diesen Fakt, dass man so einfach schon auf bestimmte Aspekte Schlussfolgern kann. Und das ist so brutal nervig. Weil ich mir immer denke, das wäre so ein schönes Geheimnis gewesen, so eine schöne Überraschung gewesen. Und mal abgesehen von Spoilern, die hier und da auftauchen, das vorher anzukündigen, ist der größte Rotz, den sie bringen können. Und deshalb weiß ich auch, dass keiner von den beiden sterben wird. Deswegen hatte ich mir auch schon im Finale, in der 16. Folge, als Carol dann kurz vor dieser Schlucht stand, keine Sorgen um sie gemacht. Gut, glücklicherweise habe ich sie in dem Moment vergessen, haben mir doch schon Sorgen gemacht. Aber wenn man das vor Augen hat, dann weiß man genau, ihr passiert ja doch nichts. Sie überlebt das Ganze, egal was ist. Weil ein Spin-Off wurde angekündigt. Und so gesehen, ja gut, also die beiden werden sich wohl wieder vertragen, da muss man sich keine Sorgen machen. Was ist mit Lea auf Sicherheit, ob und wann und wie sie zurückkommen wird, das bleibt spannend und interessant. Vielleicht, eventuell, keine Ahnung, sie wirkt auch nicht gefährlich oder bedrohlich. Selbst wenn, warum hat sie dieses Ultimatum überhaupt gestellt? Sie hätte doch auch mit ihm, wenn sie ihn so gern hat, zurück nach Alexandria gehen können. Wo ist das scheiß Problem? Ich verstehe es nicht. Aber na gut, genauso bleibt es nach wie vor ein Rätsel aus der letzten Folge mit den Reapern und Maggies Vergangenheit in diesen 5, 6 Jahren. Sie hat sich schon sehr früh abgesetzt. Wir haben das gleich bei dieser vor 5 Jahren Rückblende gesehen und gezeigt bekommen, oder gesagt bekommen von Carol, dass Maggie jetzt fortgegangen ist zu Georgie. Und dementsprechend muss ich sagen, Hiltop hat wirklich scheiße lange drauf gewartet, um Jesus endlich zum neuen Anführer zu ernennen. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Und darüber hinaus, was haben wir denn noch? Wir haben noch so viele andere Randgeschichten. Genauso wie die Geschichte mit den Kindern rund um Michonne und ihr kleines Abenteuer dort. Das ist in diesen 5, 6 Jahren Zeitsprung passiert. Und da fragt man sich natürlich, was ist da noch alles gewesen? Ja, wir wissen, das Königreich ist in sich zerfallen. Es wurde immer mehr, ist heruntergekommen. Aber ist da noch irgendwas passiert? Fehlt hier noch irgendwas gerade? Kennen wir doch irgendwelche Storylines nicht. Ich weiß jetzt gut, wir haben noch eine Folge Nigen, der behandelt wird. Aber wer könnte dann eurer Meinung nach eventuell noch eine interessante Figur sein, dessen Vergangenheit eventuell eine Rolle spielte und bei dem irgendwas Wichtiges passiert ist, dass man das beleuchten will. Ansonsten bin ich jetzt offen für eine Folge nochmal Nigens Vergangenheit und dann drei Folgen voller actionreicher Spannung rund um die Reaper und Leia und weiß Gott, was da noch so auf uns zukommt. Was denkt ihr davon? Wie hat euch die Folge gefallen? Wie findet ihr meine Meinung zu all dem und meine Gedanken dazu? Lasst es mich gerne wissen, schreibt es mir in die Kommentare und ich hoffe, ich hoffe sehr, ihr schaltet heute Abend wieder mit ein um 22 Uhr auf twitch.tv slash serienhell.tv Lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da und ihr kennt den Quatsch und teilen und habt euch lieb. Bleibt gesund und sie sehen uns heute Abend im Livestream und nächste Woche. Keine Ahnung, Video und Schuss sagen ist doch scheiße. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.